Hallihallo meine Lieben! Hier ist ein neues Video von Maya85. Ich habe bei Kik was bestellt und das möchte ich euch jetzt zeigen. Das ist heute angekommen. Und zwar habe ich einmal hier ein Kapuzenhahn festgestellt. Das hat gekostet 4,99 Euro. Dann habe ich hier so ein Set bestellt. Ich setze euch mal hier auf die Haut vor. Ich habe jetzt auch nur bestellt, weil der nächste Kik bei uns im nächsten Ort ist. Und das einmal hält so ein Schrampelhöschen und Löberchen. Und das zum Beispiel habe ich im Laden noch gar nicht gesehen. Dieses Set hat gekostet 6,99 Euro und habe ich gekauft in Größe 56. Das kann nachher auch direkt in die Wäsche, weil das riecht natürlich sehr nach Plastikverpackung. Das fand ich so süß. Ich glaube das nehme ich mit zum Krankenhaus. Das ist Kudelbeer. Weil ich fand das allein wegen diesem Bärchen so süß. Das habe ich auch in Größe 56. Das sind Strampler. Das habe ich auch noch nicht im Geschäft gesehen. Und der kostet 4,99 Euro. Und was ich da halt sehr schön finde, ist diese Knopfleiste im Schritt. Weil so brauche ich das Kind nicht komplett ausziehen. Dann habe ich noch einen Schlafanzug bestellt. Der fällt allerdings sehr sehr groß aus. Das Größe 62 habe ich gesehen. Aber ich sag mal, das Bettchen filtert ja nicht so auf. Den fand ich halt auch sehr süß. Der hat gekostet 6,99 Euro. Und das fand ich halt sehr süß. Dann habe ich noch einen Strampler bestellt. Dann habe ich nämlich auch, wenn ich das alles gewaschen habe, glaube ich, erstmal in den Größen alles zusammen. Das ist ein komplettes Set. Das fand ich auch total süß. Schon wegen dem Dino. Den habe ich halt auch im Geschäft nicht gesehen. Der kostet 6,99 Euro. Auch in Größe 56. Das ist halt wirklich so süß. Und das letzte Teil. Das ist ein Komplettstrampler. Auch wieder mit einem Dino drauf. Für 5,99 Euro. Auch Größe 56. Und das ist einfach so toll. Ganz ehrlich. Also die Sachen, die ich jetzt da auch gekauft habe, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich im Geschäft so noch nicht gesehen. Ja, weil wir Sommer haben. Dann habe ich vom Hip was zugeschickt gekriegt. Steht halt drauf. Bald ist es soweit. Sie befinden sich bereits in der zweiten Hälfte. Blablabla. Ich mag das jetzt nicht alles vorlesen. Da ist drin eine süße Rasse. Ich habe jetzt hier so Knisterärmchen. Das ist total süß. Sieht aus so einem Niki-Stoff. Dann ist da drin ein Waschgel mit 50 Milliliter von Hip. Das riecht sehr gut. Und da ist drin eine Wunschschutzcreme Sensitive von Hip. Sensitive finde ich persönlich sehr gut, weil meine Tochter ist Allergikerin. Mein Mann ist Allergiker. Und, äh, ich kann auch nicht sagen. Ähm, also mein Mann hat halt, äh, Schuppenflechte. Meine Tochter hat Neurodermitis. Und da ist das schon mal ganz gut, wenn ich da halt, ähm, diese Sensitive Produkte anfangs verwende. Dann ist da noch eine Broschüre drin. Schön schwanger. Richtige Ernährung und Pflege in der Schwangerschaft. Das werde ich mir mal durchlesen und dann, ähm, ja, mal weitergucken. Und dann ist da halt... Herzlichen Glückwunsch zur Schwangerschaft. Gewinnen Sie außerdem Ihr, äh, Baby-Erst-Aufstattung im Gesamtwert von 1000 Euro. Unser Geschenk für Sie. Äh, okay. Ja, da sage ich Dankeschön an Hip. Und, ähm, es wird noch ein Video kommen, weil ich habe noch etwas bestellt. Einmal fürs Bettchen und einmal für mich. Und, ähm, ich sage tschau. Bis zum nächsten Video. Eure Maja85. Tschüss.